So, ähm, ja, dann haben wir's. Achso, du bist schon im Dings. Geil. Ey, aber das war von, von Jan war das wirklich eine gute Idee, so einen Reifenplatzer mal auszuspielen. Ja. Das ist schon gar nicht schlecht gewesen jetzt, die Idee. Oh, die feilt hier lang. Du hast einen Anhänger vergessen. Ach, scheiße. Ist das geil. Ups. Drei mal bitte rein, dass wir am Ende der Freude sind, dass ich das jetzt hier noch angehalten wäre. Hab ich doch schon. Echt, hast du schon? Ja, ja. Ah, gut. Ist das geil. Da rauscht die vorbei am Hänger. Ich geh kragen. Ah, ist das geil. Ey, Jan, wenn du noch im Chat bist, könntest du das mal klippen, bitte? Ansonsten muss ich's machen, aber das wär mal geil, das könnte man mal klippen, ey. Weißt du, wir reden, wir reden 20 Minuten da.